Hallo und willkommen zu einem Blick hinter die Kulissen von meinem YouTube-Kanal. Einige meiner Schülerinnen und Schüler fragen mich immer, wie viel Geld ich denn mit YouTube mache. Und ich glaube, das kann ganz interessant sein, zumal ich auch darauf eingehe, wie viel bekommt eigentlich der Staat damit. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie läuft das hinter den Kulissen, wie viele Aufrufe habe ich, wie viel Geld kann man damit machen. Erstmal noch zu den Voraussetzungen. Wie schafft man es denn überhaupt bei YouTube Geld zu bekommen? Zuerst einmal benötigt man 1000 Abonnenten. Wir schauen mal auf diese Statistik hier. Und das sieht man direkt. Wir befinden uns im Jahr 2020 hier unten. Das war also Corona-Zeit. Ich habe damals den Kanal gestartet, einfach für meine Schüler, weil die sich schwer getan haben beim Homeschooling. Und dann habe ich gemeint, okay, passt auf, das hat so keinen Wert. Da war die Verbindung weg, da hat es geknirscht, hier hat was nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ich filme es euch mit dem Handy ab, ich lade es auf YouTube hoch und dann könnt ihr es anschauen. Deshalb gibt es hier auch nicht wirklich irgendwie in diesem Bereich Abonnenten, außer, und das finde ich ganz knuffig, hier, da war einer. Da war einer da und der hat sich gedacht, okay, schnell wieder weg hier. Der hat sich wahrscheinlich verklickt. Ansonsten passiert hier nicht viel, weil ich diese Videos gar nicht öffentlich hatte. Öffentlich gemacht habe ich die Videos dann erst hier in dem Bereich. Da sieht man jetzt die unterschiedlichen Farben, das heißt, das waren unterschiedliche Videos. Grün ist ein Video, blau ist ein Video. Und die grüne Linie beispielsweise zeigt nun an, durch dieses Video habe ich beispielsweise, jetzt muss ich mal einen kleinen Kreis machen, hier ungefähr, sagen wir mal, 5, 6, 7 Abonnenten gewonnen. Und so zeichnet YouTube das auf, also ich kann da wirklich alles nachschauen. Und natürlich hier hinten, da kamen dann noch weitere Videos hinzu. Also ich habe auf jeden Fall irgendwann, sagen wir mal, hier in dem Bereich angefangen zu produzieren. Das war dann so, ja, Sommer 2021. Und da fing das Ganze an. Das waren so die ersten Basic-Videos zu Rechnungswesen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze weiterging. Übrigens, Fun Fact, hier unten, hier hinten, da wo ich jetzt abgeschnitten habe, da hatte ich auf jeden Fall diese 1000 Abonnenten. Denn dort ging es los, dass YouTube gesagt hat, okay, du kannst jetzt über Werbung Geld verdienen. Wie das Ganze abläuft, zeige ich euch gleich. Die zweite Voraussetzung, die man erfüllen muss, wirkt erstmal viel. 3000 Stunden Wiedergabezeit in den letzten 12 Monaten. Das sind also circa 8 Stunden am Tag, und zwar für alle Videos. Das heißt, umso mehr Videos man online hat, umso besser oder schneller erreicht man diese Zahl. 8 Stunden am Tag müssen meine Videos laufen. Und hier jetzt die Übersicht. Also hier, das ist die Angabe in Stunden. Und ich habe jetzt wieder den Zeitraum genommen bis hier hinten, als ich dann wirklich diese 3000 Stunden auf jeden Fall hatte. Wobei ich da nie so wirklich Probleme hatte. Man sieht hier auch schon, hier das blaue Video, das war Buchen auf T-Konten. Das macht mir hier, also das läuft hier irgendwo bei 40 Stunden am Tag. Das heißt, dieses eine Video erfüllt schon fast den Zweck. Nee, erfüllt eigentlich den Zweck. Wenn man das auf ein Jahr betrachtet, dieses blaue, die blaue Linie, dieses eine Video, bringt mir bereits 3000 Stunden Wiedergabezeit. Also, wir brauchen 1000 Abonnenten und 3000 Stunden Wiedergabezeit. Und das legitimiert uns, YouTube, beziehungsweise Google freizuschalten, um eben am Werbepartnerprogramm teilzunehmen. Wie viel Geld bezahlen Werbepartner? Das ist natürlich jetzt die Frage, was springt dabei rum? Erstens, Geld wird durch Werbeanzeigen erwirtschaftet, die während der Videos abgespielt werden. Also vermutlich kennt ihr das alle, es läuft vielleicht ein Video davor oder nach dem Video. Also so ein Werbevideo, es läuft Werbung davor und danach. Oder eben auch manchmal mittendrin, wenn das Video länger als 8 Minuten geht. Das ist praktisch der Anreiz für Google zu sagen, okay, wir bezahlen dir etwas. Und dann wird das Ganze so gemacht, der Betrag pro 1000 Aufrufe, der ist entscheidend. Das heißt, es wird ein Betrag ausgemacht für 1000 Aufrufe von meinem Video. Und das hängt stark von der Zielgruppe ab. Das bedeutet, wenn ich Gaming-Videos mache oder ich zeige, wie ich meinen Garten umpflanze, dann verdiene ich nicht so viel, wie beispielsweise, wenn ich einen Aktien-Channel habe, weil dann meine Zielgruppe finanzstärker ist, wenn es um Aktien geht. Davon wird zumindest ausgegangen. Also es hängt wirklich davon ab, wer schaut meine Videos, was ist es für eine Zielgruppe und entsprechend verdiene ich dann mehr oder weniger. Genau, je stärker die Kaufkraft der Zielgruppe, desto teurer die Werbung. Heißt das im Endeffekt. Und je nach Zielgruppe entscheidet dann der CPM, also Cost Per Mill, wie viel ein Werbepartner bezahlt. Das heißt, es gibt zwei Werte, den CPM und es gibt den RPM, Revenue Per Mill. Das heißt, meine Einnahmen pro 1000. Das ist also immer auf 1000 gerechnet, auf 1000 Aufrufe, hier und hier. CPM bedeutet also, was zahlt beispielsweise irgendein Unternehmen pro 1000 Aufrufe, damit die Werbung läuft. Und davon wird dann, zieht Google den Teil ab, den sie behalten. Und der RPM ist dann im Endeffekt CPM minus das, was Google behält. Und das ist dann der RPM, was ich pro 1000 Aufrufe bekomme. Den zeige ich euch auch gleich. So, hier, nicht erschrecken, das ist die Übersicht. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt die komplette Laufzeit. Nein, stimmt gar nicht. Das ist das Jahr 2023. Sieht man nämlich hier, wenn man nicht so doof ist wie ich. Also 1.1. bis 31.12.2023. Und man hat hier die Werte von diesem RPM. Also es geht hier hoch bis 4,50 Euro. Und man sieht natürlich sofort, umso mehr Videos, umso mehr läuft. Was man auch sieht, hier hinten, da knallt es aktuell. Das liegt aber vor allem daran, dass das das Ende vom Jahr ist. Am Ende vom Jahr stelle ich immer fest, Rechnungswesen läuft jetzt so richtig, weil ganz viele Studenten, in der Schule ist es das Thema und so weiter. Wo es gar nicht läuft und das ist natürlich auch klar, Sommermonate, da geht nicht so viel. Und man sieht natürlich auch, dass hier zum Beispiel, nehmen wir einfach mal diesen Bereich. Das sind einige Videos, aber wir befinden uns auch bei den ganzen Videos. Wir sind hier in einem Bereich von unter 1,50 Euro, nicht mal die Hälfte. Also wir sind hier bei 40, 50 Cent maximal am Tag. Das heißt, wenn das 10 Videos sind, dann wären das 3, 4 Euro am Tag. So kann man das machen. Also es geht wirklich um die Masse und wie hoch steigt eben dieser RPM, wie gut ist meine Zielgruppe, wie viele Aufrufe habe ich. Da hängt viel damit zusammen. Und ja, so sieht das Ganze in der Übersicht aus. Generell kann man sagen, der RPM, also was wirklich bei den YouTubern hängen bleibt, liegt bei pro 1.000 Aufrufe zwischen 2 Euro und 25 Euro. Also es sind wirklich riesige Unterschiede. Okay, ich verlasse mich jetzt auf Werte, die ich irgendwo gefunden habe im Internet. Ich weiß nicht, ob die stimmen. 2 bis 3 Euro verdienen wohl Gaming Channel, weil da die Zielgruppe nicht so finanzstark ist. 25 Euro bis zu 25 Euro pro 1.000 Aufrufe geht es wohl im Bereich Aktien und Finanz Channel und so weiter. Also es ist ein breites Feld, je nach Zielgruppe. Und mein RPM im Jahr 2023 betrug durchschnittlich so um die 7,32 Euro. Also es ist nicht schlecht. Ich glaube, die meisten befinden sich so zwischen 2 und 10 Euro. Das heißt, diese 25 ist wirklich nur als Info. Es kann auch wirklich hoch gehen. Aber ich glaube, zwischen 2 und 10 Euro pendeln sich 80 Prozent ein. Das ist eine fiktive Zahl, aber so habe ich das irgendwo mal rausgehört. Kommen wir zu den Aufrufen. Und das ist immer ganz spannend. Man sieht ja sofort, die gehen auf und nieder, auf und nieder. Das hier zum Beispiel. Also man kann da viel analysieren, wenn man möchte. Das hier ist logisch. Kurz vor Weihnachten geht es nochmal richtig hoch. Und dann kommt Weihnachten und Silvester und so weiter. Und da ging dann nichts mehr. Also das war jetzt erst. Da bricht mir das natürlich völlig ein. Ist ja auch klar. Wer schaut denn um die Weihnachtszeit rum hier BWL-Videos. Es gibt natürlich welche, die sich da die Zeit nehmen. Aber ansonsten, ja, nicht so die Regel. Was hier natürlich auffällt, was mir auch selber auffällt. Dieser Bereich ist der gleiche wie dieser Bereich. Und letztes Jahr war es noch so, da hatte ich weniger Videos online. Da merkt man schon, ich dümpel hier irgendwo auf der linken Seite bei, ja, so täglich zwischen 300 und 500 rum. Und aktuell jetzt im Januar bei knapp 2000. Also es hat sich schon vervierfacht. Was mich natürlich mega freut. Aber was auch jederzeit wieder einbrechen kann. Das heißt, es ist einfach nur eine Spielerei, da ab und zu mal reinzuschauen. Hier die Sommermonate, da geht wieder nicht so viel. Da haben wir am Tag 200 bis 300 Klicks gehabt für alle Videos. Und das ist, ja, eigentlich ganz spannend. Aufs Jahr bezogen hatte ich in 2023 191.000 Aufrufe. Das heißt, 191.000 Personen haben auf diese Videos geklickt, was echt eine stolze Summe ist. Wahnsinn. Was noch krasser ist, finde ich, sind die Impressionen. Impressionen heißt, wie vielen Leuten wurden meine Videos angezeigt 2023. Und das waren 2,5 Millionen. Das ist schon krass. Also, das hat mich echt geflasht. 2,5 Millionen, das ist enorm. Ich hatte ja auch kurzzeitig mal die Idee, dass ich größere Jobbörsen anschreibe, um zu sagen, hey, ihr könnt auf meinem Thumbnail, also auf diesem Deckcover von meinen YouTube-Videos volben. Dann schreibe ich da einen Sponsor bei, weil das irgendwie Sinn macht, weil ja viele Leute, die bei mir Videos schauen, suchen danach einen Job. Witzigerweise, ich habe so die 4, 5 größten angeschrieben. Eine Rückmeldung habe ich bekommen mit einer Absage und 4 haben sich gar nicht dafür interessiert für meine 2,5 Millionen Aufrufe. Ah, nicht Aufrufe, aber Impressionen, wo die da gesehen werden. Vielleicht versuche ich das mal nochmal. Ein Versuch war es wert. Dann lässt sich feststellen, am Wochenende wird eher weniger gelernt. Das hier nämlich, diese Einbrüche, hätte ich selber nie gedacht. Also würde ich es nicht selber sehen in der Statistik, würde ich es nicht glauben. Ich hätte eher gedacht, am Wochenende geht die Post ab, wenn man da Zeit hat, Videos zu schauen. Aber nein, das hier, die ganzen Kreise, da wo es immer einbricht, das ist das Wochenende. Das heißt, ich kann auch gleich noch das genauer zeigen. Es geht hier immer, das ist so Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, diese hier. Und dann, ja, Donnerstag fängt es langsam an zu fallen, Freitag, Samstag sind wir am Tiefpunkt. Ja, ich meine, ich war als Schüler auch so. Wochenende ist Wochenende. Ist ja schön, soll man machen. Hier auf jeden Fall noch Beweisstück B. Das ist auch interessant. Also YouTube bietet unfassbar viele Informationen zu den Videos. Dunkel gefolbt sind die Zeiten, wo meine Follower, also ihr, viel schaut. Also Sonntagnachmittag, da ist, da seid ihr aktiv. Viele bestimmt, weil Montag Klassenarbeit ist und dann bricht die Panik aus. Und hier der Bereich, der ist auch stark besucht. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Abend. Und dann sieht man auch hier, da geht halt nicht viel. Freitag ist Wochenende. Und dann heißt es, ja, nicht mehr so viel. Also klar, da sind schon noch Aufrufe natürlich. Aber verglichen mit Sonntag, Montag, Dienstag wird es da einfach weniger. Und das ist ganz schön. Das kann man da alles rauslesen. Dann kann ich so ein bisschen schauen, verändert sich das irgendwann. Das ist ganz spannend. Die Analyse, wenn ein neues Video online geht, das mache ich natürlich auch gern. Man bekommt da von YouTube immer Folgendes. Das ist zum Beispiel ein Video, das ging vor drei Tagen und elf Stunden online. Und dann habe ich hier die grobe Übersicht. Und was natürlich ganz interessant ist für mich, um zu schauen, mir geht es in erster Linie natürlich darum, kommt das Video an? Habe ich es gut gemacht? Da hilft mir zum einen das hier. Das sind drei Kommentare. Da schaue ich immer drauf. Ich schaue natürlich auch auf die Likes. Die sind immer sehr aufschlussreich. Dafür danke, weil ich daran erkenne, okay, wie läuft es? Und ich erkenne es natürlich an diesem hier. Es gibt da eine Auflistung Ranking nach Aufrufen. Jetzt werden da beispielsweise die zehn letzten Videos aufgerufen in den ersten drei Tagen und elf Stunden. Also das aktualisiert sich immer. Und ich kann dann oder ich bekomme dann von YouTube den direkten Vergleich von diesem Video zu den anderen Videos. und sehe dann, okay, wie oft wird dieses Video angeklickt. Und wenn da eins abstürzt und unverhältnismäßig wenig angeklickt wird, dann weiß ich, okay, irgendwie trifft das nicht so das, was meine Follower gerne schauen würden. Hier noch die Klickrate der Impressionen. Das ist ganz normal. Das sieht man an dem Häkchen dahinter. Das bedeutet, es wird beispielsweise 100 Leuten vorgeschlagen und 1,8 Personen klicken dann drauf. Also das ist so, wie viele Leute sehen das Video und wie viele klicken am Ende drauf. Da pendelt es sich normal bei allen Videos um die 5% ein. Und auch das ist völlig normal. Was mich hier freut bei dem Video vor allem jetzt, ist die Wiedergabedauer. Die ist auch immer ausschlaggebend. Ich glaube, das Video geht so um die 8 Minuten. 50% Wiedergabedauer. Das ist super, weil da ganz viele lang dranbleiben. Und das ist ein super Indiz dafür, dass es einfach gut gemacht ist und man gerne zuhört. So, was gibt es hier noch? Ah genau, das ist die zusätzliche Anzeige für dieses Video links. Also mein neuestes Video. Und dann kann ich da draufklicken. Und dann sehe ich zum Beispiel hier, das ist normalerweise der Durchschnitt von meinen Videos. Und die blaue Linie läuft jetzt darüber. Das heißt, dieses Video ist aktuell stärker, was die Aufrufe angeht. Das heißt, es läuft gut. Das kann ich so lassen. Das habe ich gut gemacht. Da brauche ich jetzt nichts mehr dran ändern. Ich habe auch hier die Info. 34 Klicks mehr als gewöhnlich. Und ich sehe jetzt hier die Wiedergabedauer. Das wurde bereits 11 Stunden in 3 Tagen abgespielt. Das ist super gut. Eine Person hat das Video gesehen und hat beschlossen, ich folge dem Typ da. Der macht es wohl gar nicht schlecht. Danke dafür, wer immer das war. Und geschätzter Umsatz. Da rechnet YouTube, ich glaube nach 2 Tagen fängt YouTube an zu rechnen. Okay, aktuell würde dieses Video oder hat dieses Video 47 Cent gemacht in diesen 3 Tagen. Irgendwie so. So. Und jetzt kommen wir langsam mal zum Umsatz. Bevor wir das machen. Interessant ist immer die Statistik der letzten 28 Tage. Also von heute an 28 Tage zurück. Sehe ich jetzt, ich habe Aufrufe in 28 Tagen von 45.000. Das ist super. Ich sehe, dass ich in den letzten 28 Tagen 467 Abonnenten gewonnen habe. Was mich mega freut. Das ist mit das größte Lob meine Follower. Weil ich dann weiß, okay, die Leute sagen nicht nur gutes Video, sondern die sagen auch, okay, der bringt weiter gute Videos. Das ist so der Glaube an mich. Und ich habe hier eine Wiedergabezeit in 28 Tagen von 4.000 Stunden. Das ist krass. Ich rechne das für euch gleich um. Das ist wirklich krass. Das hat mich am Anfang schockiert. Also wir brauchen ja 3.000 Stunden im Jahr, damit wir am Partnerprogramm von YouTube teilnehmen können. Ich mache in 28 Tagen 4.000 Stunden, beziehungsweise ihr schaut 4.000 Stunden. Wenn wir das umrechnen, und das musste ich ein paar Mal rechnen, ich konnte es gar nicht glauben, diese 4.042 Stunden, wenn ich die durch 24 teile, dann habe ich 168 Tage. Das heißt, meine Videos, wenn ich da mal drüber nachdenke, laufen in vier Wochen am Stück 168 Tage. Und das ist schon wild. Vor allem, ja, also wenn ich auch bedenke, manchmal blubber ich da vor mich hin, dann ist es schon echt cool. Das ist richtig viel. Und jetzt schauen wir uns an, was springt dabei raus, wenn meine Videos in einem Monat 168 Tage durchlaufen. Umsatz in 2023. Hier ist die Übersicht. Ich habe jetzt erst überlegt, soll ich da irgendwas schwarzen vorher für den Spannungsbogen? Nein, einfach raus damit. Also was sehen wir? Wir haben 197.000 Aufrufe gehabt in 2023. eine Wiedergabezeit von fast 17.000 Stunden. Und das bringt mir einen Umsatz von 1.400 Euro. Das heißt, es sind so, vor Steuer, ja, ein bisschen mehr als 100 Euro im Monat. Das könnte jetzt ernüchternd sein für viele. Weil die Zahlen vorne mit 197.000 und 16.000 Stunden Wiedergabezeit schon krass sind. Aber es sind letztlich dann wirklich nur die 1.400 Euro gewesen. Was man jetzt machen kann, BWLer natürlich, kann man kurz umrechnen. Ich bekomme ja immer per Mill. Das heißt, ich teile das jetzt durch 1.000, dann habe ich 197 und diese, dann kann ich die 1.400 Euro geteilt durch 197 und habe eben mein RPM, mein Revenue per Mill, ungefähr 7,10 Euro. In diesem Fall, das heißt wirklich für 1.000 Aufrufe, bekomme ich dann circa diese 7 Euro, manchmal sind es 8. Da pendelt es sich irgendwo ein. Wenn man bedenkt, ich habe aktuell so um die, ich weiß gar nicht, 80, 85 Videos online. Ich habe mal geschaut, die ganzen bekannten Lernhilfe-YouTuber, die haben halt wirklich ihre 4,500 Videos online. Ich habe den Stoff dazu, aber eben, ja, ich muss mir die Zeit nehmen. Das ist ein langes Projekt. Und jetzt gucken wir noch auf die aktuellen Zahlen von jetzt gerade. Umsatz der letzten 28 Tage. Fies wie ich diesmal bin, habe ich hier noch geschwärzt, beziehungsweise geweist. Einfach damit wir kurz einen Blick drauf haben, was ist hier passiert. Hier unten sehen wir, das sind alles Videos, die ich hochgeladen habe. Das wird hier angezeigt. Und ganz interessant ist, aktuell muss ich sagen, boomt's. Also es gab dieses Tief, natürlich um Weihnachten und Silvester. Aber man sieht hier schon, das hier ist der Betrag, den ich so am Tag mache. Und man sieht, wo sich es einpendelt. Hier zum Beispiel war es schlecht, in Anführungszeichen. Das war wieder ein Wochenende. Am Wochenende mache ich so 8, 9 Euro am Tag. Es gibt aber auch tatsächlich momentan die Situation hier zum Beispiel. Da mache ich teilweise 23 Euro am Tag. Also es ist echt irre. Aktuell boomt's. Ich weiß nicht, mache ich es besser? Ist es einfach, weil ich immer mehr Videos online habe? Ist der Hype von YouTube größer? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es natürlich mega zu beobachten, dass wir hier wirklich so einen Trend gerade haben, den ich hoffentlich beibehalten kann. Aber wie gesagt, ich rechne tatsächlich damit aktuell. Klar ist das alles noch Thema und irgendwann flaut's halt wieder ab, weil es Richtung Sommer geht. Deshalb völlig normal. Kommen wir zum Umsatz. Der ist aktuell natürlich super. Also das ist der geschätzte Umsatz bis Ende des Jahres. Ah, Ende des Monats. Sorry. YouTube kalkuliert da immer mit aktuellen Werten und dann sollten ungefähr so um die 300 bis 350 Euro diesen Monat rausspringen. Wenn das jeden Monat so wäre, wäre das natürlich super. Davon gehe ich aber nicht aus. Aktuell ist einfach ein guter Hype. Und dann mal gucken, wie weit wir das Ganze treiben können. Und jetzt müssen wir noch schauen, was darf ich davon ausgeben und was kriegt der Staat? Und jetzt kommt noch das eigentlich Entscheidende. Was genau darf ich von meinem Geld, das ich von Google überwiesen bekomme, überhaupt behalten? In Deutschland gilt, ab einem jährlichen Bruttoeinkommen von 66.761 Euro greift der Spitzensteuersatz von 42%. Da ich Vollzeit als Lehrer arbeite, komme ich über dieses Bruttoeinkommen. Das heißt, ich versteuer wirklich meine Einnahmen dann mit 42%. Jetzt habe ich hier das mal rausgeschnitten aus meinem Online-Banking. Das heißt, so sieht das aus. Das war die Überweisung für den letzten Monat. Da steht dann dran, Google Ireland Limited und eben den Cent-genauen Betrag. Also ab 80 Euro überweist Google. Das heißt, wenn ich immer nur 40 Euro mache, kriege ich halt nur alle zwei Monate die Überweisung. Und die überweisen wirklich dann Cent-genau, was ich da erwirtschaftet habe, mit meinen Werbeeinnahmen. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Gefährliche. Denn, wenn ich jetzt mal rechne, von diesen 329, 329 Euro und 11 Cent darf ich ja nur 58% behalten. Also nur 190 Euro und 88 Cent darf ich theoretisch ausgeben. Denn der Restbetrag von 138 Euro und 23 Cent, den möchte natürlich der Staat. Und zwar erst später mit der Steuererklärung. Das heißt, das Geld, das ich im Januar verdiene, möchte der Staat erst ein Jahr später. Und das ist unfassbar gefährlich. Ich habe zum Glück einen Steuerberater, der das für mich macht, der mir dann auch erzählt hat, in diesem Zuge, dass es eben viele Leute gibt, die machen sich selbstständig, beispielsweise mit einem Restaurant. Und dann haben die super Einnahmen und nehmen Geld ein und haben das Geld auf dem Konto, so wie ich die 329 Euro und reinvestieren dann dieses Geld. Und das ist super gefährlich. Denn da kommt ja auch der Staat dann ein Jahr später bei der Steuererklärung und sagt, hey, wir kriegen noch Steuern von dir für die ganzen Umsätze. her damit. Und wenn man dieses Geld nicht wirklich auf der Seite hat, dann kann das übel enden. Das heißt, wir haben hier hoffentlich auch in diesem Video noch zeitgleich was gelernt, wie das Ganze läuft mit den Steuern und so weiter. Also es ist teilweise schon ein bisschen frustrierend. Also wir wissen ja alle, Steuern sind wichtig und der Staat, Deutschland ist eben so aufgebaut. Aber vom Prinzip ist es halt etwas anderes. Bekomme ich einfach nur den Nettobetrag ausgezahlt, den ich verfügen darf oder bekomme ich vor Steuern den Betrag ausbezahlt, habe die 329 Euro auf meinem Konto und weiß genau, 42% davon darf ich eigentlich gar nicht anrühren. Was ich natürlich machen kann, weil ich ja BWLer bin, ich kann jetzt klug wirtschaften, dieses Geld so lange für mich arbeiten lassen mit beispielsweise Tagesgeldkonto 3-4%, dann hole ich zumindest noch ein bisschen was raus und kämpfe dagegen an. Aber ja, so läuft das. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Das war jetzt sehr weise für den Abschluss. Und jetzt schauen wir uns noch das generelle Fazit an. Als Fazit. Was kann ich jetzt also sagen? Zum einen, es macht mir super viel Spaß. Ich habe mega viel Spaß dran, und das liegt natürlich auch daran, dass ich hier meinen Job mache im Endeffekt. Das ist genau das, was ich im Unterricht mache. Das heißt, diese Lernvideos, das kommt mir schon sehr entgegen. Zudem mache ich es in erster Linie wirklich nicht wegen Geld, sondern für meine Klassen, für die Prüfungen, für Klassenarbeiten und natürlich für alle anderen, denen das hilft. Ich sehe das immer in den Kommentaren und ich finde es mega, wenn das weitergeholfen hat. Ich glaube, das bringt auch der Job so ein bisschen mit sich als Lehrer, dass man einfach helfen möchte, etwas besser zu verstehen. Und man kann natürlich zudem noch festhalten, es ist ein super langer Weg, bis man davon wirklich leben könnte. Also wenn ich das als Vollzeit machen würde, dann müsste ich echt tagtäglich meine paar Stunden hinsetzen und wirklich produzieren, produzieren, produzieren. Da bin ich ganz froh, dass ich das nur nebenher mache, einfach nur so, wie es mir gerade passt und wie ich zeitlich hinkomme. Und es hängt halt wirklich letztlich ganz viel von den Aufrufen ab, von den Likes, von den Kommentaren, von der Beliebtheit der Videos. Also das kann schon stressig sein. Auch da bin ich froh, dass ich es nicht hauptberuflich mache, weil man wirklich davon abhängig ist, wie gut kommt so ein Video an und wie gut wird es geschaut und wie viel Input gibt es und so weiter. Und zu guter Letzt, es ist schön, wenn da ein bisschen was für mich dabei rausspringt und der Staat auch ein bisschen was davon bekommt. Aber, und das ist wirklich mein Ernst, die positiven Kommentare unter den Videos, das ist die eigentliche Motivation, weil ich jeden Kommentar, deshalb antworte ich auch auf jeden Kommentar. Ich lese mir immer alle durch und ich finde es einfach mega. Ich finde es mega schön, wenn Leute mir schreiben, sie haben es endlich verstanden und dann, was kann es ein Besseres geben als Lehrer, als dass so ein Video wirklich auch einen Wert hat. Ganz wichtig, am Wochenende gibt es natürlich trotzdem ein Lernvideo. Das war jetzt einfach nur ein Blick hinter die Kulissen, wie immer followers first. Ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht und war ein bisschen interessant und ansonsten, ja, man hört sich beim nächsten Video.